Gut, Simon von da, wir haben das Velolicht, wir haben das zweitletzten Viertelfinale. Nachdem gibt es noch ein Battle, dann gehen wir in eine Pause. Darum jetzt noch einmal alle Energie geben, die ihr könnt. Let's go! Nächstes Viertelfinale, Primary, mach den Lärm! Yeah, 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 yeah. Flock haben sie gegen mich, ja du bist so arm. Ich schla dir ins Gesicht, und er schlägt Alarm. Ring, ring, ta, tu, ta, ta. Flock haben sie, hat keine Chance, jetzt ist der Duner da. Simon, Disco, ich bin sicher geiler. Das rote liegt, kennt ihr von sich zu Hause. Ja, Mann, ich bin super frisch. Das ist ja klar, weil der Penner nur ein Nutten ist. Yeah, weisst was, du bist ein armen Spast. Rot liegt, aber du hast noch nie eine Platte gehabt. Wegen dem Fahr mit deinem Velo, ich bin Rapper. Er hat zwar ein Velo, aber leider nie ein Ständer. Ja, er ist einfach nur der Füchzeug. Was rot liegt, für mich immer grünes Licht. Scheiss egal, ich bin da der Star. Auch beim roten Licht, gib ich immer Gas. Halt doch die Schnurren, du wirst jetzt gleich zerstört. Rotlicht für den Livestream von dem Björn. Alter, du motherfucker, schau, and you burn. Weil, weisst du, was die Vlog-Camp sein wird im Rotlicht zerstört. Ja, du weisst genau, Mann, ich kille Gangster. Livestream, Mann, fucking Influencer. Check das aus, ich bin anders mit Style, aber der Typ ist einfach kamerageil. Ich frisse dich wie ein Gipfel, Mann, ich fick dich. Ich bin nicht Influencer, das ist schon Stift-MC. Alter, schau, und weiss, ich bin hier der Man. Und Stift-MC macht mit mir dann eine TikTok-Dance. Du hast mir so weh getan. Denn, wo du hast ge-rapped. Du bist Lipp Mega. Du bist einfach Quack. Weeeey! Applaus für die beiden! Sehr schön, das ist natürlich auch immer geil, wenn wir diese Themen noch ein wenig weiterziehen, das macht uns auch Spass. Wie sieht es bei der Jury aus? Hört ihr auch noch Spass? Mögen ihr noch? Yes, yes, Mann! Sehr gut. Schwierig, schwierig, aber ich würde meine Stimme im Flock geben. Flock, haben Sie die erste Stimme? Die Obaldner Hoffnung? Das ist spannend. Weil ich würde meine Stimme am Simon Disco geben. Simon Disco, eins, eins. Und jetzt vielleicht die Entscheidung von Jonny? Kurz zu sagen, es war nicht das letzte Battle von diesem Viertel. Nur für deine Zeit. Ganz gemeint. Das ist falsch verstanden. Anyway, meine Stimme geht auch an Simon Disco. Simon Disco ist somit qualifiziert für den Halbfinal. Flock, kommen Sie. Machen wir noch mal fette Lärm für euch. Ich hoffe, alle. 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 Dass du da bist. Vielen Dank.